Hallo zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du in Microsoft Excel die Berechnung eines Median durchführst und auf was du achten solltest, sowie auch die Möglichkeit, den Median auf dynamischer Art und Weise zu berechnen. Damit ist gemeint, auf Monatsebene oder auch auf Jahresebene in einer Pivot-Tabelle. Dazu sehen wir uns das anhand eines Datenbereiches an, den wir zunächst generieren werden. Dieser soll sich aus zwei Spalten zusammensetzen. In der ersten Spalte das Datum und in der zweiten Spalte der Betrag. Jetzt werde ich in der Datumspalte beliebig viele Datumswerte eintragen und im Betrag verwenden wir die Funktion von Zufallsbereich, um uns eine Zufallszahl zu generieren. Das werden wir umstellen auf Betrag und speichern das ab als Wert und haben hier bereits unser generiertes Datenset. Anhand dessen können wir jetzt sehr einfach und statisch den Median berechnen. Dazu gebe ich das Ist-Gleichzeichen ein und im Anschluss den Befehl Median und selektiere nun alle verfügbaren Werte in einer Klammer, schließe diese und erhalte nun den Median auf das gesamte Datenset. Nun kann es aber von Interesse sein, dass du den Median auf dem Monatsbereich oder auch im Jahresbereich sehen möchtest. Das würde sich mit dieser Methode sehr schwer gestalten, beziehungsweise gibt es eine einfachere Methode. Und zwar, wenn wir eine Pivot-Tabelle verwenden. Dazu gehe ich im Menü auf Einfügen, selektiere die Pivot-Tabelle und gebe nun den Datenbereich an. Hier ist es wichtig, auch die Datumspalte mit anzuführen und selektiere dann entsprechend den gesamten Datenbereich. Als nächstes belasse ich es mit der Option vorhandenes Arbeitsblatt und nun, sehr wichtig, hier den Haken setzen, dem Datenmodell diese Daten hinzufügen. Ich bestätige mit OK und erhalte nun eine leere Pivot-Tabelle. In dieser Pivot-Tabelle kann ich nun das Datum in den Zeilenbereich angeben und sehe bereits schon die Auflistung in den Monaten. Ich kann auch den Betrag hier angeben und erhalte nun automatisch den Summenbereich. Jetzt ist es so, dass man hier mit wenigen Klicks auch den Mittelwert berechnen kann. Dazu führt man einen Rechtsklick auf die Summe vom Betrag und kann hier ein Set von verschiedenen Standardberechnungen auswählen. Zum Beispiel hier der Mittelwert. Leider ist es so, dass in diesen Standardberechnungen der Median nicht vorhanden ist. Das bedeutet, wir müssen diesen manuell erstellen. Das ist aber nicht schwer. Und zwar ist folgender Schritt notwendig. Und zwar gebe ich nun diese Berechnung wieder heraus und wechsle im Menü im Bereich Power Bivot. Dadurch, dass wir den Haken vorhin gesetzt haben, wurde in unserer Excel-Datei ein Power Bivot-Modell angelegt. Und in diesem Modell lässt sich nun eine neue Kennzahl, ein neues Measure anlegen. Dann gelangen wir zu diesem Menü und kann dort einen Namen für diese Kennzahl vergeben, Median. So wie eine Beschreibung, die lasse ich jetzt leer. Und gebe nun im Formelbereich die Funktion Median an. Und kann nun auswählen, auf welcher Spalte ich diese anwenden möchte, und zwar auf den Betrag. Ich schließe diese und bestätige nun mit OK. Wie ihr seht, ist der Anwendungsbereich oder die Vorgehensweise dieselbe wie hier. Nur hier sehen wir es nun, dass diese Kennzahl nun als Measure angezeigt wird. Wir haben nun dynamisch auf der Monatsebene, und das könnte jetzt Jahre, Wochen und so weiter, also viele unterschiedliche Aggregationsstufen sein, erhalte ich nun die korrekte Berechnung des Medians. Wie ihr seht, könnt ihr damit sehr einfach und dynamisch Berechnungen eines Median durchführen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg.